Herzlich Willkommen bei Klagemauer TV, heute mit dem Thema Suizidpark Europa als Kunst getarnt. Die Initiative Suizidpark Europa lud im Oktober 2012 in Dresden, der geburtenreichsten Stadt Deutschlands, im C. Rockefeller Center for Contemporary Arts, zur Präsentation eines Bauvorhabens ein. Ausgestellt waren Baupläne und ein Modell, wie der Suizidpark in Dresden aussehen könnte. Gebäude mit Seminarräumen, Abschiedshalle, Wellnessbereich, Giftraum etc. In dieser Ausstellung konnte man Utensilien käuflich erwerben, die man zu suizidalen Handlungen verwenden kann, z.B. Katterklingen für den Pulsaderschnitt oder Judestrick mit Anleitung für den Henkersknoten. Angeboten wurde auch eine Suicide Map mit Auskunft über neun Gebäude in Dresden, mit deren jeweiligen Höhen- und Koordinatenangaben und Bemerkungen wie Sprung in Richtung Straße. Das alles wird als Kunst bezeichnet. Will man uns hier testen, wie weit wir mitgehen? Abtreibung, Sterbehilfe und jetzt auch noch Suizidempfehlung? Ich verabschiede mich von Ihnen mit einem Zitat von Bertolt Precht. »Die Abgestumpftheit ist es, die wir zu bekämpfen haben. Ihr äußerster Grad ist der Tod.« »Die Abgestumpftheit ist es, die wir zu bekämpfen haben. Ihr äußerster Grad ist es, die wir zu bekämpfen haben. »Die Abgestumpftheit ist es, die wir zu bekämpfen haben. Ihr äußerster Grad ist es, die wir zu bekämpfen haben.